Hallo, ich bin Schagel aus dem CatFit Trainerteam und ich lade euch heute zu einer Laufeinheit der ganz besonderen Art ein. Heute stelle ich euch ein Laufband vor, das ein garantiert absolut neues Lauferlebnis bietet. Das Topmodell der Kettler Track Serie, das Track Experience. Das erste Aha-Erlebnis hat man, sobald man das Laufband betritt und von dem 3D Black Matrix Display begrüßt wird. Was einem bei dem Track Experience sofort auffällt, ist die große Lauffläche von 1,50 Meter in der Länge und 51 Zentimeter in der Breite. Das hat für ein authentisches Laufen ganz entscheidende Vorteile. Nicht nur für größere Läufe gibt es hier also keine Schrittlängenbegrenzung. Es wirkt sich auch auf die Sicherheit beim Laufen aus. Ben ist heute extra gekommen, um für euch das neue Track Experience auszuprobieren. Mit all seinem Features, all seinem Drum und Dran. Wie ihr seht, er fängt erst mal langsam an, nicht gleich auf einer hohen Geschwindigkeit und dann, wenn er nach dem Walking Modus warm geworden ist, das Ganze in der Geschwindigkeit und gegebenenfalls in der Steigung zu erhöhen. So Ben, finde jetzt bitte langsam und ganz für dich allein dein eigenes Lauftempo, den eigenen Laufrhythmus. Dafür erhöhst du sowohl die Geschwindigkeit als auch die Steigung. Das Ganze macht Ben über die Direktwahl-Tasten, über die man quasi schnell und einfach die Geschwindigkeit erhöhen kann. Wenn du jetzt dein eigenes Lauftempo, deinen Rhythmus gefunden hast, spürst du beim Track Experience ein echtes Waldlauf-Feeling. Verantwortlich dafür ist das neue Magnet-Dämpfungssystem. Das sind zwei übereinander liegende Magnete, die für eine einzigartige Dämpfung sorgen und die Gelenke wesentlich weniger belasten, als zum Beispiel beim Laufen auf der Straße. Ganz nebenbei ist das Laufen auf diesem Gerät extrem Geräusche ab. Das schont also auch die Mitbewohner, besonders wenn du mal etwas später trainierst. Zudem bietet dieses Laufband eine elektronische Motorsteuerung, die auch bei schweren Läufern dafür sorgt, dass die eingestellte Laufgeschwindigkeit konstant eingehalten wird. Bei insgesamt 38 Trainingsprogrammen kommt garantiert keine Langeweile auf. Wichtig hier, wir können ein kontrolliertes Training vorgeben. Das ist zum einen wichtig für ein Training im richtigen Belastungsbereich, vermeidet also Überlastung. Zur optimalen Fettverbrennung ist es besonders wichtig, in einem Bereich zu laufen, der den Puls nicht zu sehr in die Höhe treibt. Ein gutes Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass man beim Laufen sich irgendwann nicht mehr einfach so unterhalten kann. Wenn man also den Puls in einem zu hohen Bereich hat, einfach per Direktwahltaste von der Geschwindigkeit oder von der Intensität, was die Steigung betrifft, dann wenig runter geht. Jetzt kommen wir zum sogenannten Auslaufen. Zu diesem Cooldown kann man durchaus noch einige Minuten Walking Tempo anhängen. Hierbei kann man sich wunderbar mit den Händen an die montierten Griffen festhalten. Nach dem Training kann das Laufband einfach hochgeklappt werden. Dabei fahren automatisch vier Rollen aus. Mit dem sogenannten Easy Roller System kannst du das Gerät dann platzsparend und bequem an seinem Platz rollen. Abonnieren.